Moin Leute! Ja, ich bin jetzt hier schön in Dänemark am Strand. Ich hoffe, ihr kriegt das ein bisschen mit. Wollte eigentlich hier so eine schöne Bierverkostung machen hier. Das gute dänische Pilz. Aber stattdessen wird es doch eine Chili-Cayenne-Verkostung. Von No Chilis hat er ja gesagt. Ich mag eigentlich überhaupt generell gar keine scharfen Chilis. Und ich weiß nicht, was jetzt die bessere Wahl wäre, aber ich probier's mal. Extrem ekelhaft. Ich hab einen totalen Speichelfluss gerade im Mund. Ich kann auch mal die Brille abnehmen. Also Leute, ich sag euch das. Ich glaub ich schaff das nicht. Also mir läuft der Saft runter. Ich bin, glaub ich, raus. Ekelerregend. Ekelhaft. Nicht mein Geschmack, Pili. Ich muss jetzt mal kurz hier meine Zunge irgendwie hier in die Nordsee halten. Schärfegrad ist für mich schon auf jeden Fall viel zu scharf. Widerlich. Ich sag nur widerlich. Weiß ich nicht. Okay. Ich hol mir lieber einen Hotdog. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.